Mein Name ist Marian Kessler. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin bei der Wiener Berge Österreich als Senior Digital Marketing Manager für alle digitalen Marketing Aktivitäten verantwortlich. Meine Aufgabe umfasst unter anderem die Verwaltung unserer digitalen Marketing Kanäle, beispielsweise die Websites, die Social Media Kanäle, unsere App und andere weitere digitale Kanäle. Und ich schätze ganz besonders an meiner Arbeit, dass ich zum einen kreativ sein kann, zum anderen analytisch und auch datengetrieben an Themen und Projekte herangehen kann und dementsprechend ist es eine spannende Herausforderung jeden Tag für mich. Um im digitalen Marketing zu arbeiten, ist als Grundvoraussetzung eine Marketingausbildung notwendig oder im digitalen Marketing. Zusätzlich ist eine technische Affinität erforderlich. Es ist auch ganz wichtig, dass man in dem Beruf eine Leidenschaft mitbringt und Spaß an der Arbeit und auch über diesen Tellerrand hinaus blicken kann und immer das große Ganze im Auge behält. Ich würde Wiener Berge als Arbeitgeber empfehlen, weil trotz der Unternehmensgröße ein absolut dynamisches Umfeld vorherrscht. Das heißt, es gibt wirklich in jedem Bereich eine gewisse Spielwiese, wo man Dinge ausprobieren kann und das ist einfach das Spannende. Man kann sich da wirklich in kürzester Zeit auch beruflich und persönlich weiterentwickeln. Wiener Berge ist für mich leidenschaftlich, wertschätzend und vielfältig. Wiener Berge ist für mich.